ich weiß dass da bist was mein name ist angreifen jungen was falsch schießt auf den jungen um die ecke geht nicht es geht nur mit aber das ging doch vorhin auch über fünf ecken pang voll in die fressen auf ich mach trotzdem feuer wobei fünf se... der bitch schleppt dich der hat sich selber gebitcht schleppt schon weil ich bin voll bauern pflegel moritz pflegel du sowas fasst dich gar nicht an ja das geht ich geh einen schritt zurück dass ich mein feuer aufleg und dann drück ich weh oh das ist ripp ja das war nicht gut pflegel pflegel was falsch mit dem selber zieger wieso schlagen die sich nicht sie tun sieh mir ein bisschen so aus ich kann resten bis das feuer aus ist dumm oh oh ich mag nicht das die warum hast du dein bohr ausgerüstet der war ausgerüstet ich hab eins gedrückt das war das größere problem um ihn erstmal zu verbrennen das ist ein problem stopp stopp okay wenn ich nicht alle knöpfe falsch spame ach du scheiße das ist okay das letzte mal bist du in die falle rein das passiert dieses mal nicht du musst aber die bücher wieder was suchen ne 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 glaube ich nicht ne 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 Ja, die sind ja da drinnen, drück einfach mal Rechtsklick mit Lesen. Reicht? Okay, das ist jetzt... Aber da kam das letzte Mal auch keine Benachrichtigung bei den anderen, aber schau mal da. Aber wie soll ich das dann schon gehabt haben? Was ist das? Du musst es ja nicht mitnehmen. Ja stimmt. Weißt du was? Ach ja, die Dinger haben wir ja auch noch. Erst mal kommt jetzt die ganze Scheiße weg. Dann buchen die mich tatsächlich mit, weil das ist ein bisschen was wert, auch wenn das nachher wahrscheinlich wieder wegkommt. Ja, ich glaub. Dann, da chillen wir auch nicht mit, weil wir gleich eine richtig krasse Zweihänderwaffe bekommen. Äh, wir sind schon im Hungermodus, das macht mich sehr fröhlich. So fröhlich war er ja nie. Das ist korrekt. Oh. Spruchrollen. Ja, ist... ist gut. Eine Spruchrolle, mit der kannst du sprechen. Ha, 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 Bibi? Ha, 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 Han? Hansfried? Bist du's? Oh. Das war vorhin nicht so. Ähm. Ich will mich verarscht. Ha, Bibi-Schlag. Ha, Bibi-Schlag. Oh. Uh. Weißt du was? Die weichen doch gut aus. Ja, jetzt ziehen wir's. Wie du hast... Nein. 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 Also, wie krass ist der Ratte überhaupt? Was los mit der? Was hat er gegessen? Nein. Die Gegner sind jetzt schon zufallsgena... Vergessen nicht die 1-Tasse zu suchen. Warum? Oh. Und... Ah, hierzu. Perfekt. Du kannst resten. Oh. 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 Was. Nope. Das war ja richtig bloat hier. Ich wette die waren nicht mal geboten. Keiner Wunderschwein hatte wohl nicht oft genukDC Minecraft gespielt. Jetzt muss aber ich mach nen Trick. Hey. 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 Hey, Penner. Oh. Oh. Warte ich's mal galt was testen. Ja doch sie ist schon verteilt. Wo schießt du hin? Toll! Fitz Meine Stimme disruptivuste die Tür richtig genudelt! einst hast du nicht vergessen bei jedem raum ich trinke es mir die falsche tage doch kacki den kenny au jetzt ist doch der aus dem bist du ein bau hier vor der wahl wappern war vor allem war vor allem das unglaublich bis zu einem das so gut wie kann man so oft mit kreffen ich weiß nicht kampf bei ja also auch scheiße ist kaputt Und ich werd nicht meine Reparaturlinge darauf verwenden. Oh cool! Ich hab schon wieder weh gedrückt. War aber nicht ganz falsch. Wir können nicht schießen. Kann ich? Ich bin schon wieder ungericht. Ja, die Mächtenleben. Ja, das ist nicht falsch. Das war jetzt nicht so stark. Vielleicht war das eins zu viel. Ja, okay. Ich hab nicht an diagonale Dinge gedacht. Da hast du mir viel Schaden gemacht. Ooooooh, schlägst du dich selbst, bist du dumm. Ich glaub die Baffe ist da nicht irgendwie. Was bist du für ein Fledermaus? Geil. Zurück gehen um die Tür zu machen? Ja. Wie als würdest du PNP spielen? Dann sind wir aber immer noch schlimmer. Ja. Hallo. Ich bin ein Wandersmann. Alt. Knissknast, Knissknast du Junge. Knissknast dich richtig hart. Der Knissknatz. Oh. Schreck. Der hat mal mich geschlagen. Was ist das für ein Verhalten? Nein. Nein. Ich hab ein perverses Stück gekriegt. Oh. Ich mag das mit einem Schuss aber explodieren. Ach nein. Ach Stadthandschuhe. Ich dachte Samthandschuhe. Ich wollte hier schon wieder. Ich dachte das sind so richtige Hasmas Anzug Handschuhe. Hasmasi? Nee. Ja. Das geht doch gar nicht. Oh mein Gott. Amigo. Ach so wie es ist gehört. Ein leeres Bücherregal. Außer wenn Bilderbücher da sind. Dann lass was anderes. Ich sollte da essen gelagert sein. Eins lasse. Nee. Ich wollte jetzt mal reingucken. Pau 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 Pau. Ey. Nicht zwei mal. Doppeln. Nein, nein, nein. Oh. Oh. What the fuck. Was fühlt sich hier aus dem Maul? Schmerz. Schmerz. Und du hast auch. Wie so ein Weichei. Kannst du nicht einfach was kacken gehen? Wurschmerz. Mein Arm ist ja noch fast dran jetzt hier. Das ist ja wohl. Erstmal guck nicht dass da jetzt jemand kommt. Was sowieso passieren wird. Oh ja. Ja. Nehmen wir mal Heilsalbe drauf, dass du nicht so rumheulst. Das unten rechts ist bald vielleicht auch bevor es bricht. Meist das explodiert einfach? Manchmal machen die das. Wie im echten Leben. Ich hab genug Heilsalbe. Dann fang ich hier noch was drauf. Du hast gar nicht Schmerzen mehr. Ich hab dich mit Popocreme eingerieben. Äh. Hab eins gedrückt. Das ist nichts. Irgendwo musst du die noch resten können. Aber hier ist halt doof. Hier ist richtig doof. Oh ja. Na gut. Na gut. Na gut. Oh. Der kann Dinge. Das ist ja richtig cool. Wieso kann der denn das? Ich hab meine Feuerwelle wieder. Jetzt gehst du aus dem Roller. Aber von Brenn hältst du nicht viel. Oh. Heia. Oh je. Hey. Oh du hast voll die Geldbache bekommen, weil du am Arsch bist. Das Spiel denkt du bist am Arsch. Zweiter Wind. Ja. Ist das effizienzvoll gut? Ja. Nicht hinter die Tür und. Ja. Tschüss. Ich geh mich wieder mit meinem Hunger verkriechen. Ja. Ich weiß nicht. Ich mach das doch immer. Wo sind deine Heilungseffizienz? Achso. Das ist schon wieder weg. Schnief. Hallo. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich mach sieben Pfeile. Ich sollte vielleicht ein paar wieder mitnehmen. Das ist richtig. Ich mach mal. Pass auf. Hey. Niemand da. Hallo. Hey. Pille. Und nie vergessen. In jedem Raum gibt's Gefährlichkeiten. Ja richtig. Lass mich PMP spielen. Einmal immer eins drücken. Was sehe ich? Was? Oh nein. Ja. Oh die waren nicht so close. Da war ein Pilotraum. Die waren bestimmt aus Frankreich. Ah komm mal. Oh. Da ist er wieder. Oh. Also ich will gleich gleich gar nicht. Wir machen mal hier den geilen. Duellierende Kriegssense. Sogar eine Kontoschance. Sonst sehe ich nicht viel mehr. Oh. Das heißt echt nur die Kontoschance. Ja. Aber trotzdem easy decision. Habe ich hier eigentlich Verzauberung? Macht das einfach irgendwas. Was? Nur die vorhandenen. Also die Kontoschance. Und ich glaube. Verzaubert einen Gegenstand. Ändert vorhanden. Ich probier's aus. Handlich. Ungeschickt sein. Schokoladenchance. Ja weißt du was? Verpiss dich wieder. Ich mag dich nicht. So wird das Marrake. Bücherregale zu essen für mich. Ich mach aber geistige Gesundheit runter. Was momentan glaube ich kein Problem ist. Ja. Was momentan schon längst verloren ist. Ja. Schief. Das funktioniert nicht so toll wie ich das immer hoffe. Oh. Da scheint auch keiner drin zu sein. Wow. Deine Mami Lümmel. Mami Lümmel Lümmel Mami. Das sind doofe Regale. Ich will dein Geld zurück. Hallo. Hallo. Hi. Ich bin hier. Wo bist du? Oh. Muss das so weitläufig sein? Also. Oh. Oh ja. Wieso muss ich die nehmen und essen? Dann muss ich zwei rund für. Ich bin unersättlich. ja du bist drückt geschaut mal in deinen status ding links 27 prozent hunger noch du hattest sehr viel wenn der hunger erreicht führt das zu negativen effekten also dann bin ich ja nur leicht päckelschweiße ja so richtig packtisch ist eine treppe wenn ich die gehen aber wieder umsehen also ich glaube ich hätte gern schon noch so ein kartoffel hier ja unglaublich da machst du es einmal nicht weißt du hast du hast du nicht beine nicht gebrochen es gibt hoffnung es warte ich drück 1 dann mache ich rechts die gar nicht nach legt mich dann gehe ich ja davor aber wenn du jetzt läuft es ebenso schon genug runter zum heilen easy du kriegst sogar 6 gesundheit oh 4 ja ich hab hier kein marx abhoopsing ist gut nicht de boopsing hey freund gib mir alle einen scheiß und damit meine ich eigentlich jetzt habe ich gar keinen ach doch da habe ich ein gütchen ich wollte mich schon beschweren haben warte steht das sogar dran ja hunger minus 20 prozent dann habe ich jetzt 8 ich will ein bisschen nachgucken ich glaube ich fresse so viel und habe trotzdem noch mal ich will nicht verdammt irgendwas sollte ich nur sagen das ist aber vergesen vergeset 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 doch sie haben nicht durch die türe rufe ich weiß nicht aber ich weiß auch nicht ob es so schlau ist zu rufen überhaupt ohne möhre ich drücke 1 ich drücke hey keiner ihr seid dumme wuchenkinder oh nein die buch opferblut jetzt haben wir für drei drei maximal energie für jedes fehlende prozent der maximalen gesundheit um ich setz aus ich setz aus ich setz aus ich setz aus die kommen nicht wie viel bringt ihr den bogen hallo ich will dann nichts mehr zu machen aber es hat gerade nicht so aussehen als das bringt viel der kommt echt nicht kriege ich soll kein wort hat mich gekriegt geschmückt denn die ruft dich ja 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 ich hoffe er hat sich jetzt wieder nicht bewegt auch so beweglichkeit ich bin alter mann sowas weiß ich nicht der hat sich echt nicht bewegt ja gut dann ja der ist dumm 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 ne dann verbrenn mein freund ja halt sich ja aber ich wollte nochmal mit feuer ja 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 dazu müssen sie brennen bis das hier wieder aufgeladen ist also dumm also ich müsste sie damit verbrennen und dann müssen sie sechs runden brennen geht nicht nur veränderte veränderte für das 13 in den feuer steht an jedem zahl äh in einem wirkungsbereich sehe ich den wirkungsbereich nein das hat was auch ja zielt auf bereich du kannst hier ok das ist auch ein äh keine ahnung was das bedeutet ja ich müsste den bereich sehen das kostet nur 8 skill punkte aber bisher waren skill punkte nicht das Problem gut weil ich viel ausgebe ich habe entzündet umgegene felder die 18 16 feuer schaden an gegnern für ursachen hat eine hohe chance auf entzündung aller betroffenen ziele und wendet macht das ihre feuerresistenz runter passiver bonus pyromanische kraft das auch alle ach so wenn du für man die skill zu zeigen pyroman die kraft an sich stärker und du hast den skill plus 3 genauigkeit für meinen bogen aber ne das wollen wir ja nicht das scheiße nicht locken lassen ich weiß ja nicht was welcher bereich ist 13 feuer schaden du hast nicht viel weil das eine hat mehr abwinkzeit das heißt das linke ist wahrscheinlich stärker 15 ne weißt du das hier entzündet umgebene felder das verstehe ich das müssen die um mich herum sein aber das ist auch nahkampf das ist das letzte was ich mache bevor er in meinen kreis quasi geht aber da will ich ja das schwert wechseln das hier in jedem ziel in seinem wirkungsbereich das sagt nicht genau wie weit es ist ich nehme das unsicherheit ist immer das beste ja das könnte auch gruppen von gegnern hauen wir müssen nicht zu heilen ich trinke es erst mal eins ich heile mich jetzt passiv ich bin jetzt passiv heiler ja so siehst du auch aus wie so ein richtiger weißt du ganz kurz da schließt nach den beutefenster geschlossen wird ja bitte es geht mir schon wieder auf den sack ich drehe jetzt eins ah guck mal hallo ist noch nicht ganz in range weite ich scheiße auf den bogen bewegt dich ach damit scheiße ich eben nicht auf den bogen hier feuerball oh das geht nicht dann schieße ich oh feuer oh dann mache ich weh und dann geht's auf den maul und tot dich hat noch jemand gedubufft oder? nee er hat glaube ich sich gebufft ich habe halt keinen debuff ja was meinst ähm ich würde hier trotzdem nach links gehen dass du trotzdem ruhen kannst wegen Mana ja 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 Bis zum nächsten Mal.